hmmm bereichst ich an der festung ok und da wäre toll oder sei es und willkommen zurück bei rainbow six siege schlafsaal hast du etwa immer noch nicht puppe gespielt du lässt mich ja nicht gewinnen du musst dich mal anstrengen streng mal wir müssen den bio gefahrgut behälter schützen den raum sicher ja und 10 sekunden muss ich halt später zumachen fünf sekunden noch die gegner konnten den bio gefahrgut behälter nicht die gegner haben den bio gefahrgut behälter gefunden böses auge eingesetzt schon bilder 2 drin kopf drauf gedungelt nur noch ein gegner übrig lade neues magazin bei mir sind gelber ping geht die treppe runter kommt wieder hoch gelber ping mit der ecke war so Mist ach komm nicht mission gescheitert eigener druck neutralisiert warum klappt denn das jetzt dreimal waffenlage jetzt schon zweimal waffen äh schlafsaal ich dachte mal vorhin auch auf flugzeug mit so ich war noch dreimal an der gleichen Stelle ne wir hatten die gegner hatten die gleichen positionen wie wir das war immer zu gleiche Maschine wir finden wirklich nur Terroristenjagd das Lichthaus wand befestigt na mia bring mal dein fenster an auf mich zerklopfts keiner es bleiben 10 sekunden böses auge auf patrouille ah quatsch nicht haus war es ähm illa die gegner von den mio gefahrgutbehälter nicht finden ach keine ahnung bös böses auge bereit ich habe keine drohe geschnappt ich habe keine drohe geschnappt schaltung online aber das ist meine ecke blöd man der meister jetzt noch im mobilen schild hatte drum springt wer runter das spiel steht nicht gut nicht gut danke ubisoft super mission gescheitert und 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 Den Bio-Gefahrgutbehälter localisieren. Nicht Kaffee, nicht Esszimmer. Mit Schlamse. Sind wir da oben? Schlafseele wie wir? Nee, Schlafseele sind es nicht. Kommandant. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Einsatz in 10 Sekunden. Oh nein, die haben Innenkameras. 5 Sekunden bis Einsatz. Weiter zu Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sicher. Äh, die können jetzt schon raus. Na, oben wieder Dach. Feind lokalisiert. Erster Stock. Ach, Clash. Warum das nicht identifiziert wird, ey. Alibis mit Clash nach oben. Magazin, Lade 2. Lade 2. Luftteam in Position. Auf geht's wird, wenn du in Berlin diesen die scoren schon bei uns dann und dann die gehen. Also auf geht's auf geht's. Die Karten. Ja, da geht's. Also da geht's sich wieder. Nein, auch mal. Jetzt geht's mit den Ecken. Aber ich muss den Ecken Und da geht's. Die waren zu dritt, die sind jetzt alle tot. Weiß nicht, ob sie zu viert waren. Naja, es sind ja bloß drei Euro. Ich hab nicht gesehen, dass der andere gekillt wurde. Das 1 hab ich oben, dann ist Clash gestorben und gerade eben Alibi. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Feindliche Aktivitäten, Bedrohung neutralisieren. Oh, ich bin noch so welleck. Bart ist jemand, Hockey Bart, Vorsicht. Kommt jetzt ins Schlafzimmer. Letzter verbleibender Gegner. Ist am Schreibtisch, gelber Ping. Ecke, neben Schreibtisch. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Was? Verloren? Der liegt auch. Ich hab dich zuerst umgebracht. Mission des eigenen Trucks gescheitert. Sind ich verarschen? Ja, genau. Was ist das denn, ey? Wieso verloren? Was sieht gleich schon aus? Nicht dein Ernst, ey. Das muss Ubisoft mir mal erklären, ey. Scheiße. Erstmal das A-Cook beim Alter zurückbringen. Das hat Vorrang. Nee, erst mal nie. Das ist ja klar. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na, haben wir auch im Innenhof. Was ist denn noch an der Wand? Mission gescheitert, eigener Operator gefallen. Was ist denn noch an der Wand? Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. Wände wurden befestigt! Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Der blöde Deck oben weg. Maverick-Band-Cushion-Finstalf. Scheiße. Und tschüss. Ach komm, Mann, was ist denn jetzt los? Herrgott, noch eins, ey! Los, komm Florex 2.9! Küchenfenster ist wer? Sie haben den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgutbehälters abhalten. Sie haben ihre Versuche den Behälter zu sichern eingestellt. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Das kann nicht sein, dass wir jetzt alles verlieren. Du bist schuld, weil du Bope spielst. Warum ich habe es einmal gewinnen lassen, brauche ich nicht mehr. Den Standort des Bio-Gefahrgutbehälters finden. Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ah, gab's schon. Ist da zurückgeschnellt. Ah, Finger weg! Oh-oh. Oh-oh. Nein, bitte nicht! Noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Ich lade jetzt nach! Ich lade jetzt nach! Luftgeat platziert. Einsatzbereit. Eine Kapka-Mine weg. Pass auf, Aruni ist hier also. Zweite Mine gefunden. Auf eine Mine weg. Kapka weg. Also jetzt geht's weiter! Mag Edison wechsel! Ach! Das deckt hier nicht mehr ab. Oh, Grabschrauber. Mist. Damit machst du die Platz. Sehr schön. Die hat gefressen. Oh nein, nicht die. Okay. Ach, Kaum. Ich bin so übersehen. Ach, herrje. Lass dich. Ja, dann bist du halt sauber. Da hängt eine Mine. Bei der Bar ist es am gelben Ping. Kommt jetzt so. Unter der Kamera ist es. Geht zur Bar. So eine Aufgangsbar. Ah, endlich. Ja, ich meine. Danke fürs Wiederaufstellen, Horkaim. Hm. Nächstes Mal bringe ich die Geisel noch. Auch wenn wir jetzt gerade Bereich sichern haben. Oh, ich bringe den Behälter mit. So gepackt oder was? Hm. Aber kein Büro hier. Nee. Ich guck mal. Couch dich. Ja, Küche. Gute Arbeit. Der Mio-Gehälter wurde lokalisiert. Tataaam. Also noch. Alibi ist noch angehört. Nö. Nein, nein. Ach man. Einsatz 15 Sekunden. Immer noch Alibi. Fünf Sekunden bis Einsatz. Weiter zum Bio-Gefahrgutbehälter und diesen sicher. Was war das denn? Nix, nix. Geht vor, geil. Ich lade nach. Vorsicht vor. 500 Kapkamin. Da ist keiner. Lade nach. Nee. Lukas Zug. Au, das ist denn jemand. Aroni links. Ah. Ich glaub nach dem Match höre ich auf. Nee, erst mal ein Eins machen. Nee. Lukas, der Pfeife runter zu ist offen. Mein Gerät ist platziert. Einer ist noch Wasserpfeife. Klingt wie bei der Wasserpfeife. Ich ja. Eins Luca, eins Treppeküche. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Ja. Wasserpfeife und Treppe. Nur noch Wasserpfeife. Kommt blauer Bar. Vor der Tür toh. Einer Togartgegner eliminiert. Puh, getroffen hab ich's noch. Jetzt brauch ich noch drei Explosions-Skills. Mit Bope? Nee. Schade, dass die Brandpfeile nicht dazu zählen. Nimmst'n Billiardstock. Nee, jetzt kannst du Kraft drauf spielen. Nee, falsche Räumlichkeit und Karte. Hm. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Wände wurden befestigt. Oh, Fuse-Kanal-Fuseen. Okay. Nur noch zehn Sekunden. Böses Auge eingesetzt. Es bleiben fünf Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Luriel, schaust. Böses Auge auf Pallel. Laserschranke eingeschaltet. Von versteckt! Oh, Floris wieder. Oh, oh. Toll. Ist besser. Böses Auge haben. Boah, ein Glück hat er die Drohne noch kaputt gemacht von Floris gerade. Hm. Und alle vier weg. Hm. Ich weiß nicht. Maum. Oh, was? Wie denn? Wieso? Das Ding liegt beim Billardtisch, das mich killt. Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Witz. Ging oben auf dem Bach. Helfer. Wieso ist meine Drohne da kaputt? War doch noch gar keine... Ein Gegner verbleibt. Na, Fensterseide. Na, komm, sei nicht rein, was anderes bleibt dir nichts übrig. Fünfzehn Sekunden noch. Zehn Sekunden noch. Das ist halt der Segel, bleibst draußen. Eine Panzi spiele ich noch. Eine. Eine. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Oh Mann, ey. Jack K. verfolgt mich. Hier, bitteschön. Neuer Gang ist so jemand. Twitch hat mich da. Ich auch. Ein Operator des eigenen Trupps vergleicht. Ach komm, Mara, das kann doch gar nicht sein. Ein Operator gefallen. Ein Operator des eigenen Trupps. Die Bomben sichern. So spät. Die Bomben sind in Gefahr. Entsprechend planen. Bomben gesichert! Ladenagaziner! Nur noch 10 Sekunden. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Nur noch 5 Sekunden. Ist das Auge bereit? Eingang präpariert. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich verstehe die Wand. Ich verstehe die Wand. Luca? Luca ist zu, Nachschubraum. Aus Küche habe ich jetzt nicht zugemacht. Die Tür im Auge behalten. Mein böses Auge knüpft sich am Bastron Source vor. Die Lackenbremmerin. Wir haben hier eine Explosurpreise kommt. Die Elektro-Kralle ist aktiv. Ach. Das ist doch nicht dein Ernst. Nach Tockepil ist das. Nein. Ach. Was besteht... Was besteht... Was besteht... Kümmere mich um die Tür! Ich habe nicht hier platziert. Unter dir. Wo guckst du hin? Da ist die Wand offen. Da ist einer gewesen. Schönen muss irgendwie was. Ja, da kann es sein. Meine Kalschen sind in Position. Spielt mit dem, hä? Ja. Das muss. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Ja. 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 Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Die Karabschwung. Raus auf dem Sprengbett. Okay. Darf ich jetzt, wenn ich mich runterbrüßen lasse? Nee, tust du nicht. Bis jetzt nichts. Ich gucke auf den Turm und gebe Deckung. Ratero im Einsatz. Explosion steht bevor. Merci. Ich gucke auf Kapkanin auf. Willst du mich oder MG? Keine. Der passt auf Kapkanin. Sammlungshallele. Okay, die ist dort. Schicke FGS los. Hinten Gerberping bei der AB-Bombe. Kompflore sind scherf wie wild. Kompflore sind scherf wie wild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hinten beim großen Fenster, das wäre. Und beim Tischfußballtisch. Ach komm. Tischfußballtisch. Die Asche hat auch da reingehäucht. Komisch. Tischfußball war sie zuletzt. Ich hab den Entschärfer mal aufzunehmen. Der Entschärfer wurde erneut gesichert. Hab nix zum Durchwerfen. Keine zweite Drohne. Nee, ist rechts drin. Hintergebrochen. Hintergebrochen. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Entschärfer wurde online und aktiviert. Wie man überhaupt nix bimmeln hört, ist Totenstil bei Asch. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Oh. 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 Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Bestimmt wieder oben. Keller sauber. Überraschung. Ach ne, komm schon. Prost. Zehn Sekunden mit Einsatz. Einsatz in 50. Na, ernsthaft? Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Feuerschuss! FG ist im Einsatz. FG ist im Einsatz. Gleich passt. Aroni haben sie wieder. Aroni haben sie wieder. Die Bombe wurde lokalisiert. Dachbodenloch offen in der Pappwand. Ja. Ich geh mal zum entschärfer. Einer. Einer von eigenen Troll. dann kill ihn doch selbst nächstes mal du vollidiot das ist beim doppelstock ja das bringt doch nix na draußen rum kommen bringt auch nix ein wenig probieren kaum noch zeit wir haben den schärfer wird da und kaum noch zeit mann 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 wenn ich da wieder an festung denke spiel bleibt stehen und was passiert man wird umgebracht hab das spiel erst letztens komplett deinstalliert wieder installiert trotzdem ist der fehler noch drin wie beim letzten mal hat damals auch nix gebracht das spiel zu deinstallieren mir die bösen augen gerne kaputt gemacht werden naja immerhin wurde es nicht zerschlagen und bis zum nächsten mal macht's gut und tschüss tschüss